Viel Spaß mit dem Oropax Adventskalender. Heute ist der 9. Dezember. Ja, wo sind sie denn, die Geschenke? Die Geschenke? Wo kommt denn das her? Ich gehe und schenke. Oh, das ist ja riesig, Thomas. Die Größe der Verpackung ist proportional zum Volumen des Inhaltes. Was? Weiche einen Schritt zurück. Oh, du willst es spannend machen? Ja. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Gut, dann behalte ich. Nein, der hat ja jetzt ... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe deinen Text auch vergessen. Ach, das Geschenk. Vor Rührung, so was Großes, so was Schönes. Drei, zwei, eins. Weißt du, was drin ist? Ein Reaktionsspiel. Hättest du es mir abgenommen, wäre es noch ganz. Bald ist Weihnachtsabend. Neulich war schon Nikolaus. Zwischendrin ist die Adventszeit und das Jahr ist schon bald aus. Heilige G3-König. Ostern finde ich schön. 36 Wochen später wird der Christmann wieder stehen.